Bitcoin wird nach dem nächsten H-Wing seltener sein als Gold und Immobilien. Hierzu gucken wir uns verschiedene wichtige Daten an. Außerdem sprechen wir über einen stärkeren Abverkauf von Bitcoin-Minern und welche Gruppe an Investoren diese Abverkäufe direkt wieder auffängt. Und am Ende sprechen wir noch über die Initiative von Spanien, den ersten CBDC umzusetzen. Falls dich diese Themen also interessieren, dann solltest du unbedingt bis zum Ende des Videos dabei bleiben. Mein Name ist Phil und selbstverständlich gucken wir uns auch heute erst einmal die aktuelle Marktlage an. Zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir ein leichtes Plus von 0,61% bei der Gesamtmarktkapitalisierung zu verzeichnen und Bitcoin-seitig sind wir weiterhin mit den 43.000 US-Dollar ordentlich zu Gange. Wir haben ein leichtes Minus von 0,04%. Bei den meisten anderen Altcoins sieht es aktuell ähnlich aus. Bevor wir aber klären, warum Bitcoin seltener als Gold sein wird, möchte ich dich noch um Mithilfe bitten. Und zwar möchte ich morgen einige Fragen aus der Community kryptorelevant selbstverständlich beantworten. Deswegen schreib gerne unter diesem Video oder im Community-Bereich unter diesem Beitrag deine Frage, damit ich sie morgen aufarbeiten kann. Und jetzt beginnen wir direkt mit der eigentlichen Aussage. Und zwar kennen wir alle Plan B. Plan B hat das sogenannte Stock-to-Flow-Modell aufgebaut, um herauszufinden, wie selten eigentlich ein Gut ist. Und in dem Fall hat er nun ganz klar noch einmal die Unterstützung für Bitcoin zum Ausdruck gebracht und prognostiziert, dass Bitcoin nach dem H-Wing im April seltener sein wird als Gold und Immobilien. Das heißt also, wenn wir uns die Daten hier einmal angucken, dann wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt, dass die Marktkapitalisierung beim Bitcoin derzeit unter einer Billion US-Dollar liegt. Und nach dem H-Wing wird der Bitcoin wohl aus der Perspektive von Plan B die Marktkapitalisierung von Gold übersteigen, die ja aktuell ungefähr bei 10 Billionen US-Dollar liegt. Außerdem hält er es in dem Atemzug auch für absolut realistisch, dass wir in der Zukunft einen Preis von über 500.000 US-Dollar sehen können. Ob das nun realistisch oder unrealistisch ist, dazu kommen wir gleich noch. Und das misst er dann in seinem Stock-to-Flow-Verhältnis. Und zwar wird so die Seltenheit gemessen. Und zum jetzigen Zeitpunkt liegt Gold bei einem Wert von 60, Immobilien bei einem Wert von 100. Und nach dem H-Wing wird es wohl so sein, dass Bitcoin dann bei einem Wert von 110 steht. Außerdem hätte sich Plan B dazu geäußert, dass wir mit dem nächsten H-Wing, das ja im April stattfinden wird, direkt erstmal auch einen relativ hohen Wert erreichen werden, pro Bitcoin selbstverständlich. Er geht nämlich davon aus und ist extrem optimistisch, dass wir mit dem H-Wing einen Preisanstieg auf 55.000 US-Dollar sehen werden. Eine Sache sollte man dabei aber durchaus beachten. Plan B hat bereits in der Vergangenheit mit seinem Stock-to-Flow-Modell immer wieder Preisprognosen abgegeben. Und in den seltensten Fällen war es wirklich möglich, mit dem Stock-to-Flow-Modell eine exakte Preisvorhersage zu treffen. Es ist nun mal eine absolut spekulative Thematik und deswegen sollte man nicht allzu viel darauf geben. Was glaube ich aber die Quintessenz ist, ist, dass wir sehr optimistisch sind, dass Bitcoin-seitig doch einiges passiert. Es gibt einfach wichtige Veränderungen, die sich mit reiner Logik eben erklären lassen, weswegen eben Bitcoin-seitig doch in der nächsten Zeit einiges passieren würde. In der nächsten Zeit, damit meine ich nicht die nächsten Tage, sondern die nächsten Monate und Jahre. Und darauf freue ich mich extrem. Und wenn du vor allem in der nächsten Zeit von Bitcoin und Altcoins profitieren möchtest, dann würde ich dir empfehlen, direkt mal über den ersten Link in der Videobeschreibung vorbeizuschauen. Hier bekommst du einmal 10 Euro geschenkt. Auf die ersten 10.000 Euro hast du keine Gebühren zu zahlen. Außerdem gibt es hier Krypto-Sparpläne, die du aufbauen kannst, um also passiv zu investieren. Eine total wunderbare Geschichte. Wenn du außerdem noch passives Einkommen aufbauen möchtest, dann gibt es hier Staking und Lending. Das kannst du direkt nutzen und natürlich auch Steuereports, all das auf einer regulierten Plattform. Von daher melde dich jetzt über den ersten Link in der Videobeschreibung an. Und wie eingangs erwähnt, möchte ich mit dir darüber sprechen, wie meiner sich gerade Bitcoin-seitig positionieren. Es gibt nämlich aktuell relativ starke Abverkäufe. Durch CryptoQuant können wir das gerade relativ gut eben nachvollziehen. In den letzten zwei Tagen haben sie nämlich über 600 Millionen US-Dollar in Form von Bitcoin beziehungsweise 14.000 Bitcoin abgestoßen. Das ist in dem Fall durch den Indikator Miner Reserve eben messbar. Das ist nämlich ein Indikator, der die Gesamtmenge an BTC in den Wallets der Miner erfasst. Und normalerweise repräsentiert diese Zahl die Bitcoin-Reserven, die die Miner noch nicht auf dem offenen Markt verkauft haben. Ein Rückgang in den Miner-Reserven deutet in der Regel darauf hin, dass wir einen potenziellen Verkaufsdruck für Bitcoin eben haben. Wie gesagt, wir sprechen hier von 14.000 BTC, die in den letzten Tagen abgestoßen worden sind. Und wir sehen eben auch ganz klar seit dem August 2022 einen abwärts gerichteten Trend. Und nun haben wir eben auch den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren erreicht. Um genau zu sein, seit Juli 2021. Und in der Regel sind es tatsächlich eben auch Abverkäufe, die hier stattfinden. Außerdem können wir uns noch den sogenannten Miner-to-Exchange-Flow dazu angucken, um diese These hier nochmal zu stützen. Denn in den letzten Wochen ist der Wert hier deutlich gestiegen. Dieser Indikator misst quasi die Menge an Bitcoin, die Miner zu zentralisierten Börsen transferieren, wo Investoren ihre Coins üblicherweise zum Verkauf eben auch anbieten. Und obwohl die Verkäufe von Minern oft keine Auswirkungen auf den Bitcoin-Preis haben, da der bärische Druck vom Markt aufgenommen wird, bieten diese On-Chain-Daten ganz klare Einblick in die Marktdynamiken und in das Krypto-Ökosystem. Und doch gibt es eine Gruppe an Investoren, die solche Abverkäufe natürlich bis zum gewissen Grad auch abfedern kann. Und zwar sprechen wir hier von sogenannten Wahlen. Das sind sehr, sehr große Bitcoin-Investoren, die ihre Bestände über einen längeren Zeitraum zum Teil eben auch schon aufgebaut haben. Und wir sehen hier gerade schon, das habe ich auf X einmal geteilt. Hier wirst du übrigens auch täglich mit verschiedenen Informationen versorgt. Deswegen lohnt es sich, dort einmal vorbeizuschauen, dass wir vor allem in der letzten Woche sehr aktive Wale gesehen haben. Vor allem Wale, die zwischen 1.000 und 10.000 Bitcoin halten. Allein in der letzten Woche sind 47 weitere Wallets hinzugekommen, die diesen Meilenstein nun überwunden haben. Ein Plus von 2,5 Prozent. Und wir sehen auf der anderen Seite 154 Adressen, die nun also im Bereich von 100 bis 1.000 BTC unterwegs waren und nun sich dazu entschieden haben, ebenfalls einige Bestände abzustoßen. Insgesamt eine Anpassung von 1,1 Prozent. Jetzt nicht unbedingt der Rede wert. Denn auch hier haben vor allem die größeren Wallet-Adressen, die also zwischen 1.000 und 10.000 BTC halten, das Ganze ebenfalls absorbiert. Und mein Learning ist dabei ziemlich klar. In dem Moment, wo wir eine Gruppe haben, die aktiv ihre Bitcoin-Bestände abverkaufen, sollten wir vor allem dann, wenn wir auch noch Schwankungen preistechnisch sehen, das als absolute Chance wahrnehmen, um also weitere Bestände aufzubauen und diese eben auch längerfristig zu halten. Und so agiere ich schon seit einiger Zeit. Am Ende möchte ich mit dir noch gerne über den Vorstoß von der Spanischen Zentralbank sprechen. Wir wissen alle, dass das Thema CBDCs ein wirklich heißes Thema sein wird in der Zukunft. Und nun gibt es seit dem 29. Januar Informationen von dem Fintech-Unternehmen Monay, die sich nun eben mit der Spanischen Zentralbank zusammengetan haben. Und diese beiden versuchen nun, einen Euro-gestützten Stablecoin mit dem Namen EU-RM herauszubringen. Die Testphase ist nun also gestartet. Das bedeutet also, es gibt hier eine regulatorische Sandbox, in der nun gearbeitet wird. Es gibt in dem Fall in diesem Test die Möglichkeit, die Transaktionsfähigkeit von EU-RM zu testen und zu untersuchen. Jeder verifizierte Nutzer kann also in dem Fall zum Beispiel 10 Euro einzahlen und diese CBDC-Währung gegen diesen Stablecoin tauschen. In dem Fall 1 zu 1. Und dann geht es los. Man möchte damit in Zukunft zum Beispiel über Mobiltelefone und so weiter innerhalb von Millisekunden Transaktionen ermöglichen. Außerdem ist die Idee vor allem die Option für Unternehmen zu schaffen, alle möglichen Thematiken hier abzudecken. Und dieses spanische CBDC-Programm ist ziemlich einzigartig, da öffentlich eben erklärt worden ist, dass es unabhängig vom digitalen Euro-Projekt laufen wird. Es ist also eine ziemlich spannende Thematik. Natürlich sind wir hier extrem zwiegespalten. Das ist ganz klar. CBDCs haben einige Nachteile, die ich euch nicht erklären muss. Trotzdem sollten wir mit einem wachsamen Auge eben diese Entwicklungen mitverfolgen. Und Spanien scheint hier gerade einen anderen Ansatz voranzubringen. Und dennoch wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis die CBDCs kommen. Die Testphasen, die finden überall statt. Und sobald es hierzu weitere Informationen gibt, werde ich dich selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Zusammenfassend kann man also sagen, dass Plan B ganz klar herausgestellt hat, dass wir mit dem Bitcoin-Having, das nun im April ansteht, ein extrem seltenes Guthaben. Bitcoin wird also seltener als Gold und als Immobilien sein. Das ist schon mal eine deutliche Ansage. Außerdem hat er in dem Atemzug nochmal Preisprognosen rausgegeben. Bis April erwartet er 55.000 US-Dollar und 2025 dann eine halbe Million US-Dollar pro Bitcoin. Ob das realistisch ist, werden wir noch herausfinden. Außerdem haben wir darüber gesprochen, dass Bitcoin-Miner vor allem in den letzten zwei Tagen aktiv über 600 Millionen US-Dollar in Form von Bitcoin abgestoßen haben. Parallel dazu konnten wir aber eben auch verifizieren, dass Bitcoin-Wale wirklich aktiv akkumulieren. Vor allem die Großen, die zwischen 1.000 und 10.000 BTC halten. Und die konnten den Verkaufsdruck bis zu einem gewissen Grad eben gut abfedern. Und vor allem Spanien versucht nun, den eigenen Euro-gestützten EU-RM umzusetzen, ein CBDC-Projekt. Und sobald es dazu Informationen gibt, werde ich dich selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Wenn du mich am Ende noch unterstützen möchtest, dann schau gerne mal unten in der Videobeschreibung nach. Hier hast du verschiedene Handelsplattformen, die du ausprobieren kannst. Falls du im Laufe des Tages up-to-date bleiben möchtest, dann gerne mal auf X vorbeischauen. Und ansonsten gibt es hier noch meine Telegram-Gruppe. Mittlerweile haben wir weit über 300 Mitglieder. Wir tauschen uns täglich zu allen möglichen relevanten Krypto-Themen aus. Check die also gerne mal aus. Ansonsten hoffe ich natürlich aber auch, dass dir dieses kurze und informative Video gefallen hat. Morgen geht es dann weiter mit dem nächsten spannenden Video. Ich freue mich auf dich, hab noch einen wunderbaren Tag und dann sehen und hören wir uns morgen wieder. Bis zum nächsten Mal.